Bei Gusto geht natürlich niemand leer aus. Alle Teilnehmer, die ein gültiges Dossier eingereicht haben, bekommen zum Einten ein Messer von Kai. Und obendrauf gibt es noch einen 200 Franken Gutschein von Transgurme. Ebenfalls hast du die Möglichkeit, an einem Ausflug ins Tropenhaus fruttige Teile zu nehmen. Oder du freust dich auf eine Reise nach Salzburg.